Mir und ich bin jetzt wieder Käse-Neue-Hare am Himmel mit meinem Let's Play vom Unterteller. Also Undertale. Ja, und wir haben gerade Elphys getroffen. Ein kleines Echsenvieh, was ein Wissenschaftler ist. Wohlgemerkt Wissenschaftlerin. Es sieht echt mädchenhaft aus und redet auch so. Und jetzt neue Stimme. Und genau da schreit Shadow im Nebenraum. Nein! Ja, geiles Timing, Junge. So, ähm. Jo, jedenfalls. Oh, yes. Willkommen, Beauties. To today's Quiz Show. What? Oh boy, I can already tell it's gotta be a great show. Everyone give a big hand for our wonderful Constance. Never played before, Gorgeous. No problem. It's simple. There's only one rule. Answer correctly. Or you die. Interessant. Hi, Metaton. Du bist halt so der Robo, von denen Elphys gesprochen hat. Und oh mein Gott, sie steht da so von wegen... Oh mein Gott, das hab ich getan. Ähm. Ich check mal ab. Oha, hohe Defense Anzahl. His metal body renders him invulnerable to attack. Ich hatte auch eh nicht vor ihn anzugreifen, also... Fuck you. Let's start with an easy one. What's the prize for answering correctly? Ähm. Oh, äh. Oh, äh. Right so. Danke, Elphys. Oh, Alter. Sie schummelt. Eh, wie nett. Elphys schummelt für mich. Here's our terrific prize. What's the king's full name? Ja. Das hatte ich auch schon vorher gewusst. Danke. The quiz show continues. Enough about you. Let's talk about me. What are robots made of? Ja. Danke. The quiz show continues. Here's another easy one for you. What the fuck? Quattenphysik, oder was? Ja. Danke, Elphys. Danke, Elphys. Als ob ich jetzt Zeit hätte, die ganze Fragestellung zu lesen. Seid ihr behindert. Don't count on your victory. How many flies are in this jar? Danke fürs Zählen. Das ist der Fragestellung. Das ist der Fragestellung. Was? Das ist der Fragestellung. herangegeben okay ich verlasse mich ganz auf Alphys ernsthaft lol here's a simple one how many letters in the name metaton danke time to break out the big guns wow calm your tits Alphys 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 you aren't helping your our contestant are you oh you should have told me i'll ask a question you'll be sure to know the answer to that the Alphys have a crush on aha eigentlich weiß ich das sogar ähm ich mach mal aus spaß i don't know correct correct dr alphys has a crush on the unknowable ich muss ganz ehrlich sagen ein bisschen shipping ich hätte ein bisschen auf andein getippt hoost hoost shipping hoost hoost you see Alphys believes there is someone out there someone watching her someone she thinks is cute and interesting hello terrible person dr alphys likes you too bad you are not real wie gemein hey i've done research about this there are alternate universes out there du verstehtest meine FF geil danke Alphys jetzt mag ich dich noch mehr süße someday maybe i could meet them you said the exact same thing about miu miu kissy cutie but i'll give you the benefit of the doubt person if you're out there how about giving us a sign right now that settles that doesn't it sag mal wie gemeines das denn metaton hör auf Alphys zu mobben well 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 with dr alphys helping you the show has no dramatic tension we can't go on like this but but arsch this was just a pilot episode next up more drama more romance more bloodshed until next time darlings wusch danke für deine hilfe süße well that was certainly something wait wait ich wollt mich nur um gucken let me give you my phone number let me give you my phone number then maybe if you need help i could where'd you get that phone it's ancient it doesn't even have texting wait a second please was war das here i upgraded for you it can do texting items it's got a keychain i've assigned you for the underground's number one social network now we're officially friends i'm going to the bathroom oh gott süße eeeh 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 ohne wenn es auf ist mega süß wie wir hatte recht also sag mal so wie wir hat das spiel durchgespielt und sie hat auch gemeint wenn ich auf es sehe ich werde mich in die verlieben sie hat das zwar nicht so direkt gesagt aber so nach der beschreibung jetzt schön ich mag die kleine schade ich kann nicht durch das lockt bis du noch da drin hier geht schon weiter cool all these books are labeled human history we look inside a book it's a comic of a giant robot fighting a beautiful alien princess this doesn't strike you as very accurate scientific books you seem very dusty these books are labeled human history you look inside book it's a comic book to send to me clad chefs of flinging energy pancakes at each other das sind mangas das müssen mangas sein all these books are labeled human history nice a hideous android is running to school with toast in its mouth seems like it's late das kommt mir sogar bekannt vor ey sag mal looks like alphys work table seems thirsty ich merke schon alphys ist ein otaku pink goop drips from this strange machine top is full of dirty lab coats and a single clean dress pink fish on the lampshade not in use its bed falls into extremely easy to draw box nice it's a promo poster for metatons tv premiere on the flap it says thank you for making my dreams come true süß dafür dass mich äh dieser robo killen wollte mit quissen ja well wuch alphys update status just realized i didn't watch undyne fight the human oh well sad ist eh nicht viel passiert well i know she is unbeatable i'll ask her about it later okay for now i gotta call up the human and guide them sag mal twitter oder was ist ja fast so schlimm wie mein handy so dann lass mal gucken oh my god was my student for this is kind of thing so mistakenly believes it's lava can heal people oh god so oh 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 wow chill oh murdered Henry uh So war das nicht gemeint! So war das nicht gemeint! So war das nicht gemeint! Oh! Ah, okay. Ich kann sparen. Tschüss! Nice music. Gonna call them in a minute. Okay. Oha! Komplexes Puzzle. Ja. Wenn wieder ein Fenster aufploppt. Meine Fresse! Mal eben gucken. Okay, der nimmt noch auf. Schön. Doch nicht so komplex, aber naja. Ey, dat music! Ey, dat geht echt ab! The whooshing sound of steam and cocks. It fills you with determination. Oh. Oh, yeah. Oh, yeah. I hate using the phone. I don't want to do this LMO. Yay. What the fuck? I'm Flugzeug! This isn't Flugzeug! Ah! Seems mean, but... Does it secretly like you? No way. Why would I like you? Okay, dann flirte ich den mal an! Oder? Nein, noch besser. But not too close. But not too close. Power roll! Power roll! It has a powerful rudder. Y-y-y-y sicko! Oops! That was painful. Not good. Awww. Er ist von Link! Oh! Er ist von Link! Uh! Okay, ich hab's. Na dann, tschüss. Oh, süßes Flugzeug. Okay, hier komme ich also nicht weiter. Wusch! Okay, das ist nice. Ey, ganz ehrlich, ich gehe bei der Musik ab. Das ist wow. Oh, da ist Zeug. Ja, ich hab was. Frippin lying on the ground. A frypen! You're carrying too much. Fuck! Das war ja... 18 HP. Das ist viel. Die Instant-Nudels machen... Crumbs with everything you need for a quick meal. Ich glaube, ich behandle mal die Instant-Nudeln. Ähm. Ich seh' aber auch hier nirgendwo ne Box. Das ist das Problem. Okay, dann nehm' ich hier... ...das dann an mich. Lohnt sich das? Ich meine... Hm. Ja, es ist eine Bratpfanne. Ah. Ausgetauscht durch die Ballettschuhe. Yo. Na gut, dann mal weiter. Woosh! Und woosh! OMG, I've had my Claw over the last Digit for five minutes. OMG, I'm just gonna do it. I'm just gonna call. Jetzt mach schon, Elphys! Ich seh' hier alles. Ich hab dich auf Twitter. Mann! Mann! Whoever was calling hung up before you answered it. Ach, Süße! Ich beisse dich schon nicht! Mann! Hi. So the blue lasers... I mean, Elphys here! Hi! The blue lasers won't hurt you if you don't move. Orange ones, um, you have to be moving and they, um, they won't, um, move through those ones. Uh, bye! OMG, I did it. Och Mensch! Mensch, die Kleine! Benehmt sich ja so, als ob die verknallt in mich mehr. Oh mein Gott, wie kann man nur so schüchtern sein. Huch! Wait, there's no weather down here. Why did she call me? LOL! Ups! Das war aber auch fies. Das ist ein Switch. Und die Laser sind deaktiviert. Ja, danke! Das war aber auch fies. Oh mein Gott, I forgot to tell them where to go. Cute pic of me right now. Posted a picture. It's a photo of a garbage can with several pink, glittery filters over it. Oh man. Bad Mädel. Well then, dann will ich dir mal glauben, Süße. Aber zuerst will ich mal den Part beenden, bevor ich das Ganze noch überziehe. Das macht gerade echt mega Spaß. Egal ob positiv oder negativ, wettung immer gern gesehen. Das war's von meiner Seite und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Sehr geil!